so nein 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 verdammt das wird jetzt nämlich hier unser stammrätsel also sofern man das als rätsel bezeichnen kann portal portal warten 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 portal portal gut ist es drüben durch hier so das ist nämlich eigentlich an sich die schwierigkeit herauszufinden dass sich da hinten auch noch ein portal mit dreht schon wieder hilfe böses tierchen nicht nett schlachte ich halt erstmal den doch gut das große böse ungetüm schon mal platt gemacht nicht gedacht dass es so schnell geht naja ich weiß dass ich im roten bereich mit meinem leben bin ich suche ja auch schon die lebenskiste ist sie das ist sie das ist sie das lass sie das sein das ist sie ich muss nicht sterben also nicht als krieg als mensch an sich vielleicht schon ja irgendwann mal so aber nicht als krieg als krieg bin ich unsterblich sagt so große fresse zu mir gehabt also wird er auch geplättet ich habe doch sowieso schon genug seelen zusammengefahren und mir alles mögliche zusammen zu kaufen was ich haben will geht doch warum lassen sie mich nicht gleich in ruhe okay so oh mein gott da steht eine kiste sie ist so verlockend holen wir sie uns mal gucken was passiert der herr boden bricht zusammen wer hätte das nur gedacht bei so einem rissigen boden ja genau muss natürlich auch noch feinde besiegen die einen nach hinten schleudern in richtung kaputt gehenden boden ey hallo zack 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 klar jetzt werden die gegner schon schadenweise selber darunter ich bin haare kitzeln haare kitzeln gar nicht ach so ähm da will ich ein portal haben und nehmen wir da habe ich jetzt auf der tiefsten ja, gut noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück reicht zack da senkt sich schon mal die tiefste ja, ich kletter euch erstmal hier drauf ähm oh, ah hau mal da erstmal ins rein und springen, springen, hoffen, dass man gut hab ich jetzt hier oben eins? ja, hier oben hatte ich gerade eins dann hauen wir da ins hin und packen den zweiten Stein dort drauf und erstmal zurücklaufen und wieder drauf klettern kann ja nicht schaden, ne so da ist eine Plattform holen wir erstmal da ein Portal und da eins ja, gut jetzt muss ich überlegen jetzt muss ich erstmal da hin mach ich das da put mach ich das da put das ist jetzt blöd naja, vielleicht funktioniert da das, was ich mir gerade so denke und war da ins hin und war da ins hin springen da drauf und da ins hin springen da rauf und wo muss ich jetzt lang bzw. wie soll ich da hochkommen senke ich mich hebe ich mich was tue ich eigentlich hier mit der Plattform ach mensch das ist doch assi gut so wird was draus geht doch ich wusste doch ich muss irgendwie das die 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 das Portal unter dem Stein wegkriegen ich wollte mir gleich die Küsten können nicht schaden weil jetzt nämlich glaube ich schon wieder fast das nächste Roboter kommt ging es da hinter noch weiter? ne gut ich konnte was kaputt machen um vorwärts vorwärts zu kriegen wie spektakulär ähm zack 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 geht doch glück gehabt ich muss aber da drüben hin blöde Kameraführung ganz blöde Kameraführung so Aufzug es ist noch ein Roboter wer hätte das nur gedacht so wie man sehen kann schon mal ein starker Unterschied zum ersten hier sind nicht Abdeckungen drauf auf den Portalen das heißt ich muss jetzt eine ganz ich muss jetzt ganz geschickt ausweichen können aber ihn erstmal zu mir lotsen gut Portal Nummer 1 ist äh Portal Nummer 1 ist freigelegt ja komm so schwer kann es doch nicht sein das Hammer wieder zu ziehen genau komm her ich brauch noch eins los schlag mich versuch mich zu schlagen ganz schlechte Idee von dir ganz schlechte Idee gewesen was willst denn du bist du mal auf dem Scheiß schlag mich los schlag mich ah Kameraführung aus Kamera wollte mich umbringen so damit dürfte das Schwierigste jetzt eigentlich geschafft sein weil die beiden Portale bleiben ja jetzt frei wie man sehen kann ouch nicht nett von ihm zack geht doch schon besser Nummer 2 aus aus nicht schlagen nicht schlagen braver Roboter ist fein gemacht zerbäscht zerbäscht so geht doch warum nicht gleich so ach bäm voll auf den Magen das hat ihm bestimmt voll auf den Magen geschlagen ach 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 man war das ein schlechter Wortwitz ok spiegel 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 ähm so kommt das hin genau ähm ja gut jetzt spielen wir ein klein wenig Rätselraten ähm Internet sagt mir dass die oberste Plattform einen Stein haben darf die zweithöchste aber nicht Internet sagt mir was hilfreicheres ähm also da muss ne ein Stein stehen am Ende da nicht ähm ok da 1